Ich bin die meiste Zeit mit der Rüstung aus Odyssey rumgelaufen. Der Witcher 3 ist noch nicht komplett fertig, aber meine Favorit-Rüstung ist die von der Viponschule. Oh ja, ich glaube, die ist auch ziemlich geil, genau. Viponschule, ja. TNT-Fischer. Ich hätte jetzt gerne TNT, das wäre einfacher. Aber dann muss ich Fischstückchen aufsammeln. Ich würde die ganzen Fischer haben. Nee, ich komme extra zu dir, um dich zu töten. So nett bin ich. Ich hau nicht einfach ab. Hm, das klingt nicht so gut, Keks. Gut, dass hier nichts passiert ist. Was soll ich denn diese scheiß Fische hier fangen? Haben die hier irgendwo Pfeile? Oh, guck mal, den ganzen Haufen hier und ich krieg keinen davon. Nein, stöp. Mit einer normalen Angel, das dauert einfach so lange. Haben die hier keine Pfeile? Ich hol mir erst mal die Truhe. Den triffst du nicht? Ach, Evo, schieb dich. Schieb dich. Schieb dich. Schieb dich. Diese Fische triggern mich voll. Ich will die alle umbringen. Für Sushi! Möchtet ihr auch Sushi? Hat der Glück. Jetzt erst mal die Kiste. Äh, Evo? Nein, du sollst ja mal... Warum nimmst du jetzt die Leiche? Kupfer-Nickel-Bahn. Aber ich kann hier nicht meine Munition auffüllen. Das ist schade. Sowas wie Pfeile besitzen die hier nicht. Nein, du sollst ja mal ausschneiden. Ach, das geht ja gar nicht so wirklich. Das ist schade. So mit der Fähigkeit vielleicht. Mit der geht das. Ja, ich brauche für unsere Siedlung halt so diese verschiedenen Fischarten, dass ich schon ein bisschen was mitnehme. Wird kein getroffen? Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. So, hier habe ich mal was getroffen. Yay! Aber immer nur so eine kleine. Und so klein sind die gar nicht aus. Ich hätte gern Sashimi. Weil diese Platten haben. Die schwimmen da einfach drunter. Da ist eine Frechheit. Ich will nur so ein Heilgut haben. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Ich weiß, dass es mit dem Sperr geht. Ich will es nicht extra dafür, dass wir mal umwechseln. Ich meine, ich könnte auch wie ein normaler Mensch angeln, aber ich sehe hier auch kein Heilboot mehr. Die verstecken sich von mir. Die wissen, dass ich sie jage. Na gut. Guck mal kurz auf die Karte, wo der Ort ist. Ah, okay. So schön am Rande. Das sollte man sich merken können. Du, normal? Hä? Habe ich doch nie behauptet. Richtig zuhören. Kennst du das in Scaram noch in der Fähigkeit erfunden hat, dass man sie wieder zurücksetzen kann auf 15? Da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube... Er sagt nur noch mal angeln. Ja, und ich mach das nicht, weil ich... Dann lass uns jetzt gehen und nie zurückkommen. Ihr wollt da rein? Das würde ich euch nicht empfehlen. Du, das war vortrefflich. Du hast mit einer Inbrunst gekämpft, die ich nicht mehr gesehen habe, seit Stickler hier selbst in deinem Alter war. Danke, junge Kriegerin. Wir haben dieses Fischerdorf mit unseren eigenen Händen erbaut, ehe es uns genommen wurde. Dies ist nicht der Tag eurer Rückkehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten umherstreifenden Plünderer auftauchen. Das wissen wir. So sieht es in ganz Lincolnisch hier aus. Doch dank dir haben wir einen kleinen Sieg zu feiern. Seht euch um. Taucht eure Füße ins Wasser, wenn ihr wollt. Aber bleibt nicht lang. Werden wir nicht. Lebt wohl. Oh, ich hab... Ich hab währenddessen noch eine Nebenaufgabe erfüllt. Okay. Cool. Wartet mal, ich muss mal diese Decke, die stresst extrem. Dreck. Mal wieder ordentlich hinsetzen. So. Ja klar, wenn ich durch das Wasser renne, verscheuche ich die. Aber ich versuche, die schnell zu töten. Die entweichen ja, indem sie unter die Mauer da durchschwimmen. Die schieten voll. Ich darf doch Eiern ziehen. Ne, das wär mir jetzt so warm. Das wär mir jetzt viel zu warm. Ich hatte das Ei gestern an. Gestern war mir sehr kalt. Dann hab ich noch ein bisschen Harry Potter geguckt. Gammeltag gestern. Also, mehr oder weniger. Ich hab auch Sachen geändert. Wow. Da denkt man, da ist was dahinter. Da ist das. Was ist das eine Artifakt? Ich hab schon mal vorhin, wo ich deinen Namen vorgelesen hab, als du einen Sub gekriegt hast, hab ich den schon voll verkackt, den Namen für mich vor der Zungenbreche. Ha! Herzlich willkommen bei den Verrückten. Was ist dahinter? So, die Maske habe ich. Sehr schön. Gibt's denn noch was in der Nähe? Da läuft Leder. Au! Oh, das konnte ich jetzt nicht muten. Entschuldigung. Ich werde nächstes Jahr die Weltherrschaft an mich reißen. Dankeschön. Wildschwenhauer und Leder. Ah, der Schatz ist hier näher. Na, gucken wir mal. Aber meins hier geht nicht in Erfüllung. Ich würde jetzt sagen, sag niemals nie, aber ich... Dieses Jahr wird's einfach doof weitergehen. Also die Sachen, die ich dieses Jahr vorhatte, sind ja auch nicht in Erfüllung gegangen, weil... Corinna. Die alte, blöde Kack. Jetzt macht er hier ein Nickerchen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Im Heil. Die alte, die andere. Schreifte der Feind aus! Hilf. Schreifte den Feind aus! Laufhege dich! Ich bring dich auf. Ach. Selbst so. Ich werde es nicht mal kaputt machen. Ich will doch nur den Schatz. Gnade! Kommt, Brüder! Beendet! Geht es vorbei! Jetzt läuft sie nur daneben. Hier drüben, ein Eindringling! Was? Das ist nicht wahr. Ich wurde eingeladen. Äh, was ist das denn? Oh, ich sollte echt aufpassen. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow! Rennen! Rennen! Ich muss mal kurz hier rum und die ganzen Dinger hier kippen. Nein, es ist nicht so schnell, will ich nicht sterben. Oh, das war knapp. Stech dich ab! Stech dich! Aua ab! Du entkommst nicht! Hast du noch was zum... ...werfen? Nee? Schade. Die Hoffnung, nächstes Jahr wird alles besser. Hab ich schon vor zwei bis drei noch gesehen. Habe ich damit auch richtig gehalten. Äh, so denk ich allgemein nicht. Ist ja nicht so, dass sich das im neuen Jahr dann alles einfach... ...oder das mit den Vorsätzen oder sowas. Das ist alles Quark irgendwie. Dann machen die meisten das mit den Vorsätzen so ne Woche und danach ist wieder alles beim Alpen. Oh, wow, Tobi, wow. Das scheint wirklich ein sehr interessantes Thema zu sein. Mh. Sei wachsam, Puder. Mh, 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 mh. Inwiefern besser kennenlernen? Inwiefern? Ich meine, die meisten kenn ich ja auch nicht näher. Jetzt bezahlst du! Spürst du meinen Atem im Nachhinein? Wir werden niemals... Wir werden niemals eine Community-Treffen machen können. Wir sind alle verreckt. So ein Dreck. Ich meine, ich wollte dieses Jahr auch zur... ... zur TwitchCon in Amsterdam. Da hätte ich ja auch ein paar treffen können, aber... ... hat sich ja auch nicht erfüllen können. Alles... Mist. Ich bin der Bombe geworden. Jaaa. Wir hätten ja schon alles bekommen. Gemeinsam schaffen wir das! Komm zur Höhe! Wir haben ja schon alles bezahlt und... ... wir hatten ja... ... was war das? Ein Miethaus? Das war einfach alles schon... ... alles schon geplant. Bezahlt und wir waren ready. Das macht mich immer noch ein bisschen traurig. Hausboot. Nein, das war nicht das Hausboot. Hackt jawohl! Hier meine 19. Du warst auch auf der TwitchCon. Dich habe ich nie gesehen! Schade. Ich war ja auch da. Das waren die in Berlin, ne? Ach, was wurde da denn schöner gebannt? Okay. Ja, gut. Ich kann nur sagen, sowas kommt echt nicht gut an. Auch wenn es als Witz vielleicht gemeint ist, aber das kommt echt nicht gut an. Was? Wie, du warst auf der TwitchCon 19, Lisa? Ja, du warst doch auch da! Du hast doch auch den 19... ... 19er... ... 19... ... Bätsch, Mann! Du hast doch auch... Du warst da auch zweitlos. Warum... Evo, du sollst die Tür kaputt machen und sie haut gegen diese Fässer. Da ist ja wieder... Mega. Der kommt direkt auf ein paar Bannnüsse mehr. Ja. Bedien dich, Breitling, bedien dich. Mal über Toni hier. Stimmt. Der Toni. Jetzt habe ich das aufgemacht und jetzt? Was? Da drin sind Gegner. Niemals! Mots! Mots! Freut ihr euch morgen, wenn ich Just Chatting dann mache? Wenn Silvester ist? Boah, das wird ja die Hölle! Hohoho! Das wird ja furchtbar! So, weil sie den letzten Tag alles gebannt wurde. Boah, also, das wird ja eine Party hier. Darauf habe ich jetzt schon gar keinen Bock. Gibt es hier noch was zum Sammeln? Ich sammle jetzt einfach die Sachen. Ja, schieß doch! Nein, okay, nicht so! Ja, gut, nimm nicht die Leiter, aber alles okay. Niemals! Ich bin hier, um eure Schätze zu plündern. Boah, ich habe vor dem Großen gerade ein bisschen Angst. Das wird lustig. Das wird geil. Das wird echt Feuerwerk. Schönster Tag des Jahres. Hallo Rob. Ja, das wird ja wunderbar werden. Mögo, ich habe den ganzen Tag Melisa verbracht. So was vergisst man nicht, das Verdrinken. Alter, was, Ben? Was soll das jetzt schon wieder heißen? Was ist denn das für ein Monster? Ja, die mag ich auch nicht. Die sind schon übel. Davon habe ich schon ein paar gekillt. An mein junger Schwan. Wir sind gesegnet hier in der Heide von Lincolnshire in den üppigen Landen von Headfield, wo wir mit den Königen der kleineren Königreiche, die noch ihren eigenen Thron innehaben, handeln, treiben. Wie Elfrith schon wusste, gibt es hier reichlich zu jagen. Wölfe, Füchse und ab und zu sogar Bären. Denke daran, wir sind Gelbbäuche auf dem Wappen und den alten Höhlen, wo unsere Schafe grasen auf senffarbenen Weiden und der Mohn macht uns glücklich. Und wenn du jagst, denke daran, dass du ein Abkömmling eines Langstammbaumes von anglischen Königen Lin... Lin... Ich kann diesen Namen nicht vorlesen... bist. Feen und Gelbbäuche von Woden bis Gott. Dein Vater und... Wie spricht man diesen Namen aus? König des Volkes von Lin... Genau, so spricht man das alles aus. Ihr könnt auch mitlesen. Jetzt fremd ich schon wieder. Aua, aua, aua. Ich will doch nur den Schatz hier her. Ich suche das Wissen. Fehlt mir sozusagen noch da oben was und hier fehlt mir noch was. Cool. Nein. Ah, ich hatte viel Freude. Ja. So schönen Abend wünsche ich euch noch. Ich mache jetzt weiter Cyberpunk unsicher. Macht das Kaff. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und hallo Caligula. Weiß jemand, warum bei mir kein Bild bei Twitch kommt und Netzwerkfehler 2000 in der Zeit wird, aber alles andere geht? Normal geht es nach dem Reload wieder. Ansonsten musst du mal dein Cash lernen. Ja, das ist so ein komisches Twitch-Ding. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das habe ich auch manchmal. Ich will mal kurz schauen, was da wimmert. Okay. Bis gleich. Ich bin der Neussy und der Unbekannteste. Ich lese die Ironie sehr gut heraus. Silatio, geh. Geh. Geh einfach. Nein. Da schreit der Lebe. Ja, genau. Ich wusste, dass sie das sagt. Immer brennt sie. Das sieht so nach einem Ort aus, was wir in der Hauptstory bestimmt noch erkunden müssen. Aber ich habe jetzt alle Schätze, glaube ich, gesammelt hier, oder? Also die wichtigsten. Cool. Dann können wir ja jetzt hier runter. Kann ich eigentlich eine Schnellrese machen? Hallo, Rosi. Na? Ich sehe auch schon aus. Die Bugs mit den nur 12 Pfeilen, etc. Ja, kann sein. Ich hatte das eigentlich mal verbessert. Was ich mehr eigentlich... Ich hatte schon mehr. Ich meine, ich könnte es jetzt verbessern und das würde eh nichts bringen. Das ist aber schon hundert Prozent vom Spiel. Ich denke schon, aber ich glaube nicht, dass ich das im Stream mache. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß, dass ich halt alle Reichtümer sammeln muss. Die ganzen Rätsel. Ja. Ich denke mehr. Toni habe ich sogar schon mehrfach gesehen. Und Shadow. Und Ben. Und dich. Also vier im Grunde, ne? Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ja gut. Macht jetzt nicht so viel Unterschied. Eigentlich... Nein, nicht vier. Fünf. Fünf. Aber ich treffe mich jetzt auch nicht mit jedem x-beliebigen. Ja, bei uns Keks ist das verflucht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Jedes Mal ist irgendwas... Ich wollte ja dieses Jahr auch zur Games kommen. Hätte ich Keks auch sehen können. Aber... Das ist irgendwie... Ja, das ist eine Flucht. Ich glaube auch. Man plant doch nicht. Das muss man doch planen. Hallo, Nino? Sag mal! Sag mal! Dafür muss Ben jetzt... ...leiden. Zeig mir, was vor uns liegt. Einen sagen Fluch, die anderen siegen. Ne, ist wirklich ein Fluch. Was? Ja, Keks. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Das ist also Hunwals Zufluchtsort. Heute muss getrunken werden! Will waschen mit! Trinken? Da bin ich dabei. Du! Du siehst durstig aus wie ein Fisch überm Feuer! Trink schneller als ich und du kriegst das Silber. Lass mich dein Silberglänzen sehen! Ja? Jaaa! Das nenne ich Einsatz! Mach dich bereit! Aber ich habe das jetzt noch weiter nicht gemacht. Bestimmt verkack ich ihn. Toll, ich höre ihn schon sabbeln. Wir sind jetzt in Lincoln. Soll ich dir die Landkarte zeigen? Ich brauche keine Karte , um zu beweisen, was ich im Innersten weiß! Hasz hofft auf deine Stiefeln! Deine Pipi! Was fängst du an? Was fängst du an? Du fährst nicht ins Fass, hörst du? Ich hab mir gestern früh einen Stör aus dem Fluss geangelt. Das kommt mir ganz selten vor. Dann würde ich sagen, wo würde ihr Gewicht stehen? Nein! 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 Nein!